Natürlich soll der BND weiter vom Parlament kontrolliert werden. Das macht der Kontrollausschuss, das Parlamentarische Kontrollgremium. Und der stellvertretende Vorsitzende ist André Hahn von den Linken. Er ist jetzt bei Christiane Mayer in Berlin. Guten Morgen. Tatsächlich gibt es ziemlich viel Kopfschütteln hier in Berlin über dieses Gesetz, was von der Großen Koalition heute abgestimmt werden wird. Und André Hahn ist sicherlich einer, der den Kopf ausschüttelt. Guten Morgen, Herr Hahn. Ja, schönen guten Morgen. Jetzt wird also alles legal, was vorher nicht legal war. Der BND darf viel mehr, als er vorher durfte. Und es wird aber von der Regierung verkauft als eine großartige Neuerung. Im Positiven. Ja, anstatt ihm klare Zügel anzulegen, Grenzen aufzuzeigen, wird im Prinzip alles erlaubt. Damit wird der Massenüberwachung Tür und Tor geöffnet. Und die Einschränkungen, die im Gesetz stehen, beziehungsweise die Hürden, die es angeblich gibt, die sind in Wahrheit so niedrig, dass man damit alles legitimieren kann. Wenn es zum Beispiel heißt, dass man, wenn die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik eingeschränkt wird, abhören darf, im Übrigen auch europäische Partner abhören darf und europäische Regierungen. Oder wenn es darum geht, dass man Informationen von internationalem Bedeutung haben will, dann ist das ein Punkt, wo die Bundesregierung künftig immer sagen kann, wir haben das jetzt im Gesetz geregelt und der BND macht am Ende, was er will. Und das ist natürlich völlig inakzeptabel. Die Bundesregierung sagt aber, immerhin können wir jetzt die Suchbegriffe, um die ging es ja sehr stark bei den letzten Skandalen des BND, immerhin können wir die jetzt kontrollieren. Und das tun wir auch. Was ist daran falsch? Also die Suchbegriffe werden weiterhin am Parlament vorbei kontrolliert. Man schafft sich dort ein angeblich unabhängiges Gremium. Nur die Kontrolleure setzt die Bundesregierung selbst ein. Und auch das ist für uns nicht hinnehmbar. Da wird im Prinzip wieder im Geheimen gearbeitet. Und außerdem prüfen diese Kontrolleure, dass vielleicht alle drei oder vier Monate, dann sind die Begriffe schon lange im Einsatz, haben viele Treffer gebracht und haben möglicherweise, selbst wenn sie dann für illegal erklärt werden, schon dem BND genützt. Das ist keine wirksame Kontrolle. Diese Kontrolleure sollen ja Bundesrichter sein, ein Gremium aus drei Richtern bestehend. Ist das nicht ein bisschen paranoid, wenn man sagt, die sind nicht wirklich unabhängig? Ja, man schafft zunächst eine weitere Kontrolleinstanz, die überhaupt nicht erforderlich ist. Und ich glaube, es ist Aufgabe des Parlaments, das zu kontrollieren. Und dafür müssen die Rechte der Mitglieder im Kontrollgremium gestärkt werden. Und das genau passiert nicht mit dem BND-Gesetz und auch nicht mit dem neuen Gesetz zur Verbesserung der Kontrolle. Auch das ist ein Placebo. Der Innenausschuss hatte ja eine Expertenanhörung gemacht, um mal zu hören, wie man das von außen sieht, dieses Gesetz. Und die ist eigentlich eher so verlaufen, dass man sagte, da gibt es noch Nachbesserungsbedarf. Ist das denn in irgendeiner Form in dem jetzt endgültigen Gesetzentwurf vorhanden? Der Nachbesserungsbedarf ist sehr freundlich ausgedrückt. Es gibt massive Kritik von internationalen Verbänden und Organisationen, von Juristen. Wenn man künftig auch beispielsweise Journalisten abhören darf, wenn man Rechtsanwälte abhören darf, Ärzte. All das ist nicht ausgeschlossen. Das ist ja natürlich gefordert worden und wird jetzt nicht umgesetzt im Gesetz. Dann ist das nicht hinnehmbar. Und die Mehrheit der Anzuhörenden, Sachverständigen, hat erklärt, das Gesetz ist schlicht verfassungswidrig. Und dann war die Sitzung zu Ende und die Koalition hat gesagt, wir ziehen das dennoch durch. Das kann doch nicht wahr sein. Ein verfassungswidriges Gesetz soll in Kraft gesetzt werden, weil man weiß, dass im Moment eine Klage dagegen äußerst schwierig ist aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag. Und dann noch in aller Kürze, Sie selber, das Parlamentarische Kontrollgremium, bekommen einen Beauftragten, der dann Ihnen helfen soll, dabei diese riesigen Mengen von Daten zu bearbeiten. Ist das jetzt eine gute Entwicklung? Weil immerhin, Sie haben ja immer mehr Personal gefordert. Also wenn man weiß, dass allen Ernstes beabsichtigt war, den jetzigen Vizepräsidenten des BND zum neuen Kontrolleur für die Geheimdienste zu machen, dann merkt man, was da eigentlich stattfinden soll. Wir befürchten, dass dort ein neues Nadelöhr geschaffen wird, dass man dann sagt, der Beauftragte hat ja die Unterlagen schon gelesen, wir müssen sie euch nicht mehr zeigen als Abgeordnete. Das wollen wir natürlich nicht. Wir brauchen diese Institution überhaupt nicht. Was wir brauchen, ist personelle Stärkung für die einzelnen Mitglieder des Gremiums, dass ich meine Mitarbeiter auch selbst auswählen kann, die mich unterstützen. Und nicht, dass ein Beamter, der jetzt im Innenministerium arbeitet, künftig vielleicht Sachen aufdecken soll, die sein jetziger Chef falsch gemacht hat. Das ist nicht wirklich realistisch zu erwarten. Dankeschön. André Hahn war das von der Linken im Parlamentarischen Kontrollgremium. Kontrollgremium, der sich zusammen, wie übrigens viele seiner Kollegen, darüber beschwert, wie dieses Gesetz sich entwickelt hat. Und übrigens auch die ARD ist nicht damit einverstanden, dass der Quellenschutz jetzt durch dieses Gesetz möglicherweise nicht mehr so gut ist wie vorher. Und damit zurückzuholen, um es vorsichtig zu formulieren.